Wer will ne Ladung Freundschafts fällen? Was meinst du mit Freundschafts? Freundschafts! Ich glaube, er sagt ein paar Sachen. Roll Credits! War doch nur Spaß, war doch nur Spaß! Ich brauch deine Seele. Es war einmal ein hässlicher Mensch. Er war so hässlich, dass jeder gestorben ist. Ende. Das hilft überhaupt nicht. Ich bin überaus enttäuscht. Und mein Tag ist ruiniert. Bist du ein Mensch? Ja. Und deine Seele ist rot? Und du hast ein gestreiftes Shirt? Ja. Ich habe diese Merkmale an meinen alten Freund gefunden. Und wenn die Sache echt ist, nun bist du folglicherweise mein Freund. Das klingt logisch für mich. Also bist du Cara? Nein, ich bin Friss. Wie viel kommt man eigentlich? Du hast deine Seelenprivilegen verloren. Ha 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 ha! Flauie, wie schmeckt Sonnenlicht? Radioaktivität und Feuer. Kann ich dir eine Freundschaftswille anbieten in diesen schweren Zeiten? Jetzt, da ich die Menschenseele besitze, kann mich niemand mehr aufhalten! Oh nein! Was hast du jetzt vor? Ich! Weiß nicht! Habt euch erwartet, hierher zu kommen! Hey, hast du mein Messer gesehen? Das Blutrote? Ja. Ist bestimmt ins Loch gefallen. Welches Loch? Oh mein Gott! Was ist das? Ein Loch. Ja, das seh ich. Was macht das hier? Nun, ich bin heute früh aufgewacht. Und da war das Loch. Hast du was unternommen? Oh ja, ich hab einen Stein drauf geworfen. War nicht die beste Idee. Sollen wir die Cops oder so rufen? Ach ja, die hab ich schon gerufen. Okay, und wo sind sie? Im Loch. Wo sind die Menschenseelen? Ezreal, wo sind die Menschenseelen? Die sind auf Arbeit. Oh. Und wo arbeiten die? Im Loch.